Willkommen auf dem Miigod Steiner. Kommen wir doch gleich rein. Wir haben 12 verschiedene Traubensorten. Wir machen daraus etwa 22 verschiedene Weinen. Von Weiss bis Rot haben wir wirklich das komplette Programm. Wir haben auch Pilzwiderstandsfähige Traubensorten, die wir nicht spritzen müssen. Unser Beruf ist sehr vielseitig. Wir sind draussen in den Reben. Im Winter, wenn es kalt ist, im Sommer, wenn es heiss ist. Wir können aber auch in den Keller. Also wir sind in der Landwirtschaft. Wir haben Keller und Lebensmittel. Und dann verkaufen wir alles selber. Verkaufen, vermarkten, buchhaltig. Machen wir alles selber. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Kommt darauf an, was für ein Menü es gibt. Und was ich gerade Lust habe. Wir haben noch zum Oper und wäre jetzt eher bei dem Weisswein. Und dann zu einem wirklich guten Essen. Eher dann auf der anderen Seite bei dem Rotwein. Ja, da würde ich gleich den Leo Mio Classic empfehlen. Der passt hervorragend zum festlichen Essen. Und der wird dann auch beim Geschenkpack drin sein. Beim heutigen Advents-Türchen haben wir eine Leo Mio Classic, die hervorragend zum festlichen Menü passt. Dazu haben wir ein Traubenkernöl, das auch beim festlichen Menü tiptop in die Vorspeise gepasst, bei einem Salat. Und das auch beim Rutsch ins neue Jahr nichts passieren. Und das auch hier haben wir noch das Ego dazu getan.